Ja, Kollege Juhs, wir haben ja schon zusammengearbeitet, ich schätze Ihre Arbeit außerordentlich, aber in der Analyse der Wirtschaftskrise und in der Analyse der Maßnahmen, die jetzt zu treffen sind, glaube ich, liegen Sie wirklich profund daneben, genau wie ein Großteil Ihrer Fraktion. Würden Sie mir nicht zustimmen, dass es exzessive Schulden waren, also zu viele Ausgaben in der Verfolgung sogenannter Policy Objectives, die die aktuelle Krise ausgelöst haben, und würden Sie mir nicht auch zustimmen, dass es deswegen genau richtig ist, jetzt auf Stabilität und eine gesunde Fiskalpolitik zu setzen, um aus dieser Krise wieder herauszukommen.